recht herzlich willkommen zur achtzigsten folge von towns ja letztes mal haben wir schön zugeguckt wie die essen gekocht haben da waren ja irgendwelche tollen suppen und sowas dran wir haben ja immer noch zwei kürze liegen oder wie die auch sich immer schimpfen mögen da können wir noch mal was in den ofen schieben oder ja nicht da gibt es nichts dafür da auch nicht jetzt bin ich voll auf dem holz wie ich hier beim kochen was hier muss man kaktus frucht haben so ich hab eins gemacht und sofort war das weg weil wir wahrscheinlich kein bucket of water haben beziehungsweise milk kann das sein dass da das problem drin ist also kein eimer haben noch mal zurück und den eimer gibt es den hier bei werkzeugen und jetzt pass auf jetzt geht das auch und noch nicht die haben wir irgendwann glaube machen wollen und ist noch nicht gemacht worden oder wie sehe ich das glaube die ist hier bei den werkzeugen cooking bowl da machen wir erst eine cooking bowl das spiel ist in pause das heißt wir haben irgendwie einen angreif oder sowas hier steht es auch ne cooking bowl fällt alles klar muss man nur mal reingucken ne ok drei kleine badger können wir weiter laufen lassen wir können aber auch einen tacken schneller machen so das muss natürlich die cooking bowl erst fertig werden so das hinkriegen da kommen sie die kleinen pfis und die marschieren auch ganz locker damit weg na ja keine chance hinterher alles weg keiner wache geschoben na egal passiert halt ja das ist noch ein anderer wald bedger und da gesehen der lief dahin wo das fast stand glaube so jetzt die frage schmiede haben wir eisen haben wir auch wer die denn so gemacht iron torch und wood fackel ne fackel ist noch ein problem dann wahrscheinlich da fehlt uns bestimmte fackel die wird im cup und das mensch macht und wo die täler wird auch bei der decole wood und wood oder madar alles da sollte funktionieren da steht jemand aber das ist glaube ich jetzt nicht das gewesen oder doch so da läuft einer hoch aber nicht dann für das was wir brauchen er hier ist es genau er macht die fackel da nicht die fackel dann er holt noch ein holz okay das muss auch sein wir haben gerade ein ding dazu bekommen wer heißt es ein held und er braucht noch was noch ein holz das war die fackel sehen wir dann da ist die fackel so und dann wenn man eine fackel haben brauchen wir noch eisen und holz und dann kann man wenn das spiel nicht gerade in pause ist woher ist das war es nicht da eine ahnung wo der angriff herkommt auch da da sind sie grüne schleime auch nicht so wichtig die fackel liegt da jetzt so und der wird gemacht fackel ist gemacht da kommt jemand und dann nimmt die fackel und braucht die also das heißt da geht es auch voran holz holz und holz brauchen wir auch und dann brauchen reisen alles schon fertig oder wird sieht so aus na gut damit können wir jetzt hier beim essen und den kochtopf unsere klären mit machen einer ist schon weg sehe ich gerade keine ahnung was damit gemacht haben wahrscheinlich so gegessen so jetzt wird die suppe gekocht was warum man dafür zum super kochen zwei kaktus früchte bucket of water und milk weiß ich nicht wie weit das jetzt ist weil die andere kaktus frucht ist ja jetzt auch weg gut egal 37 46 das muss noch ein bisschen werden haben wir noch was fertig gemacht ach so das zimmer daneben werden vielleicht dann angehen oder schwierige sache wo wir da anfangen oder nicht machen wir erstmal das dahin so gegessen wird 37 ist immer noch gucken was das hinkriegen mit 49 ja ich weiß nicht wir sollten vielleicht noch ein fass machen für das essen container und prepared food ja machen wir hier zwei noch hin das essen weggeräumt werden kann da müssen wir dann für brot was machen glaube ich glaube das liegt jetzt da in der bäckerei auf der herde kohle ist darauf hatte ich sowieso so viel im boden aber da sind sie alle das ist das entscheidende da sind sie alle hier hat sich einer gerade ein roosbeef gemacht oder so keine rollbraten liebster lecker lecker und da kommt jemand und ist den rollbraten auf ne hat er nur weggeräumt interessant schweiner rollbraten und jetzt ist er weg diese person die da läuft hat ihn zum essen geholt oder vielleicht auch nicht vielleicht habe ich es auch übersehen wo er in lief egal ach guck die fässer sind da na dann packen wir mal da das brot rein und ich glaube was packen wir da noch rein Biennkuchen und Apfelkuchen wo ist der her doch das war richtig liegt jetzt da gerade nicht ne aber machen wir trotzdem rein was macht er denn da essen in der küche hat man ja keine stühle ne nein alle besetzt hält ja Brot ist drunter oder wird reingelegt ja das sieht doch besser dann in der küche aus dann ist das hier wahrscheinlich hoch 42 von 46 wenn man da mehr aufräumt ne und mehlfass könnten wir noch gebrauchen raw food barrel machen wir das auch noch aber es wird gerade auch das mehl gebraucht ne oder ja sieht gut aus die keule ist übrigens weg oder ja konnte einer gebrauchen zehn brote sind da und es gibt ein apple pie sogar wie sieht es aus oh 46 von 46 das heißt wir kriegen wieder welche wenn es denn lange genug anhält ne ach gerade einen runter gegangen schade 45 von 46 warum 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 mal wieder 46 und 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 23 plus 2 komm schon da fällt es wieder runter sechs pc ist aber noch haben wir nicht genug doch wir müssen genug zimmer haben 47 jetzt geht es rüber sogar ja da müssen jetzt eigentlich welche kommen 49 wow sogar drei gekommen nicht nur zwei jetzt 24 52 ganz 52 24 haben wir wunderbar gut okay aber mehl ist hier ohne ende und das passt ist auch schon da dann machen wir das mehl da noch rein sieht es hier wieder ordentlich aus ne so dann müssen wir noch die ausrüsten die kriegen erstmal einen spider-red sword in die hand damit die erstmal Waffen haben und Brustplatte roten Brustplate das können wir alles erstmal so anziehen damit die erstmal etwas geschützt sind ne und hier machen wir auch den roten Helmet erstmal auf dann sind die schon mal geschützt ne Schuhe haben wir nicht aber wenn wir darüber nachdenken dass wir die auch kriegen weil wenn wir jetzt hier auf Automatik stellen dann haben die nämlich schon was in der Hand die wollen sich jetzt was besseres würde ich hoffen ja da hat schon einer die Hose gewechselt und die Waffe auch und diese Person hier unten die ist nicht in der Lage das zu machen oder wird komisch ah das ist aber eigenartig oder haben wir ja nix das kann jeder noch verstehen ne wie sieht es aus 35 von 52 geht auch schon wieder hoch das heißt wir müssten mal Schuhe anfertigen oder sowas ne äh Rüstung da oben und zwar diese hier oder oh guck mal die sind eigentlich angeschmissen Kupfer und Hobgoblinit haben wir hier aber nicht das ist Hobgoblinit wo war hier das Lager da aber es ist eigentlich da das heißt es müsste eigentlich funktionieren dass sie es produzieren ich glaube wir brauchen sogar noch ein paar mehr jetzt können wir hier vielleicht sehen ob einer eine Kugel holt da ist eine Eingangung da auch ne gut weiß nicht ich habe wenigstens 39 ok die letzte Person hat sich jetzt wenigstens schon mal das Gold was ich ihr gesagt habe aber hier fehlt es irgendwie noch so ein bisschen ne mit Schuhe auch damit 40 das ist cool ja immer noch für Äpfel ach wir können auch ein paar Äpfel mal noch holen oder der vierte Held ist gekommen auch schön so jetzt holen sie erstmal alle das Essen 44 zum 52 das ist ja auch schon mal was ja jetzt wird es wahrscheinlich runter gehen weil sie gerade Obst holen mussten ne oh ne doch nicht steigt weiter an und oben ist bestimmt sogar die eine Reihe gemacht worden guck an passt dann packen wir da nochmal an und so und Shift hast du nicht gedrückt aber das ist jetzt auch nicht so schlimm gut gut haben wir auch gemacht es wäre schön wenn sie dann noch die Rüstung machen würden da kommt ein Keulenschwinger wo nicht mehr das Obst guckt da einer eigentlich was rein ich glaube nicht ne ist das überhaupt gemanagt in der Richtung ja ja das auch obwohl es wird was reingetragen ne hier ist jetzt voll ah ok passt schon 47 von 52 das ist schon was jetzt kommen sie gerade alle wieder und backen jetzt wahrscheinlich wieder was machen essen 46 ok oh da kommen sie guck machen sie auch zack zack ok ok da kommt noch mal ein Sprung und dann fehlen noch vier Stück glaube ich wenn wir da noch einsetzen dann ist es sogar gleich erledigt ich glaube es ist nur noch eine Reihe dann ne oder da ist schon das nächste Zimmer wieder fertig cool läuft aber ne na geht gerade runter jetzt holz kloppen müssen ne ist die Mehl wird da jetzt eingelagert hier sind wir auch noch grüner sind die hier oben die sind da schon voll ausgelastet ne machen wir mal noch einen Stopp bei den ne achso Cola ist oder was war das so das sind nur die Kugeln dann lasst die roten Kugeln ja auch noch einlagern und die auch noch aber wo finde ich dann bitteschön die anderen Sachen decoration kann man das irgendwo sehen? pipe management das sind Rohstoffe worden und dann gucken wir da rein und finden das hier machen wir da noch grüne Sachen rein dann wird das hier oben erstmal weggeräumt ne würde ich hoffen in der Küche liegt das ja auch überall ne schön wäre es wenn es weg kommt 42 ist ein bisschen gefallen wieder ne aber das wollen wir machen die gehen hier Äpfel holen vielleicht oder so ja Mehl wird eingelagert Peeren am Kuchen haben wir und Brot haben wir auch wird alles auf Vorrat gemacht jetzt Happiness geht runter bis auf 40 müssen wir dann gucken aber ich denke mal dass wir jetzt erstmal aufhören hier wo man die roten Kugeln bin grad geholt weil ist schon lang genug die Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann Vielen Dank.